Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man das Let's Play nennen kann, weil soweit ich weiß, sind das hier nur interaktive Videos. Und ja, prinzipiell kann man hier also Disney Videos interaktiv mitspielen und diese App ist auch komplett kostenlos. Also ich erwarte jetzt auch nicht allzu viel von dieser App, aber einfach mal schauen, was uns hier so erwartet. Was haben wir denn hier? Also wir haben hier einmal, oh Gott, jetzt blamiere ich mich aber. Also das ist Dschungelbuch, das ist Schön und das Biest, Coco, warte mal. Wenn das jetzt Dschungelbuch ist, ist es da auch Dschungelbuch gewesen und das kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in Schön und das Biest rein. Okay, ich muss jetzt erstmal runterladen, anscheinend. Okay, wozu habe ich denn diese App runtergeladen? Ja, wir sind hier gerade in Disneyland. Ähm, wir kommen so ein bisschen Urlaubserinnerungen hoch, weil ich war jetzt schon zweimal in Disneyland Paris gewesen. Und, ja, das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Ich kann mich zwar nicht an die Raumschiffe erinnern, aber wer weiß, wie sich das Milan vielleicht verändert hat. Ja, ich habe echt überhaupt keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich wollte mich nämlich jetzt auch nicht weiter spoilern lassen, tatsächlich. Oh, das ist die Rose! Warte mal, wie? So, da sind wir jetzt. Ja, wir sind hier anscheinend in einem sehr, sehr großen Wohnzimmer. Oh, hallo. Oh, ich kann dich wieder daneben! So, ich bin mal hier. So. Dankeschön. Hallo. Dankeschön. Danke sehr. Sieht aber sehr köstlich aus. Nein, ich habe nur nicht. Warte. Okay, dann würde ich. So, was gibt es denn hier leckere? Stand da gerade was, stand da was mit Gift? Warte mal, wann? Ah, das ist so cool. Das ist so cool. Ja. Okay. Ein bisschen gruselig ist es, was? Ja. 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 So, da haben wir noch mal die Speise-Karte, glaub ich, warte mal. Okay, das war zwar sehr, sehr cool, aber es war echt cool gewesen. Ach, das sind so kurze Werbespots quasi für die Filme, die man kaufen kann, cool. So, dann würde ich sagen, springen wir gleich mal ins nächste. Ich würde mal ganz gerne hier mal gucken, ob das wirklich Dschungelbuch ist. Ja, das ist Dschungelbuch, okay. Oh mein Gott, ist das hoch. Ich hab eigentlich gar keinen Bock auf eine Schlange, um ehrlich zu sein, grad. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er schon. Hi, little cub. Hallo. Oh nein, nicht so schrecklich. Ich werde dich nicht schmerzen. Du bist so süß, little cub. Oh Gott, wie am Axe, was du nicht weißt? Bist du allein hier? Bist du nicht weißt? Oh mein Gott. Bist du nicht weißt? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh my god! Oh, it hurts!